Bist du schon auf dem Server drauf? Ich bin schon auf dem Server drauf. Wer war eigentlich dran? Ich weiß es nicht, aber deine Katzen begrüßen mich gerade. Dann werde ich jetzt mal anfangen. Mach du das! Bist du bereit? Drei, zwei, eins und los. Wir haben die Welt verdammt, liebe Gemeinde. Und diese Aufnahme, Ewigkeiten später, haben wir uns wieder so weit gesammelt, dass wir in der Lage sind, die Welt zu retten, die wir verdammt haben. Und zwecks dessen, habe ich einige Dinge vorbereitet gehabt. Vor Ewigkeiten inzwischen. Hatte ich schon ganz vergessen, was ich getan habe. Bermud, öffne diese Kiste. Es ist deins. Ja. Bei mir habe ich das in die Nähe der Drohung getan. Ich habe leicht... Das war Bermud, die... Boah, ich weiß nicht. Das war auf jeden Fall noch online, als das damals gewesen ist. Das war, glaube ich, direkt das Wochenende darauf oder so, nachdem wir die Sultan hatten. Und dann habe ich noch mehrere Tage dran gesessen, den ganzen Kram zusammen zu klappeln. Ich wollte euch diese elendigen 400.000 Jahre von nichts anderem tun, als Diamanten suchen und Angeln ersparen. Und das habe ich auch getan. Nebenbei bin ich auch kurz in den Dschungel gegangen und habe mir ein paar orangene Katzen geholt, die jetzt da hinter Bermud rumstehen. Keine weiteren Frauen an den Ungeklagten. So, was hattest du denn auch so? Deine Katze verrückte ich übrigens, ne? Katze, hinsitz. Was hatten wir denn jetzt vor? Wolltest du nochmal auf den Alten losgehen? Wir wollten nochmal auf den Alten losgehen. Ich wollte dich gerade überlegen, wo waren der nochmal? Ich habe noch einen Screenshot von den Koordinaten, wo wir den zurückgelassen haben. Ich muss den kurz mal gleich noch raussuchen. Ach, übrigens, errennt mich daran, dass er sich da noch anmachen muss. Hier. Das ist nett. So. Neun. Für jeden, den du davon tötest, werde ich dich einmal töten. Ich wollte schon gesagt haben, wo kommen diese ganzen Papageien eigentlich wieder her? Aus dem gleichen Dschungel, wo ich die Katzen hergeholte habe. Ja, die Frage hat sich ja dann erledigt. Ah, voll gut. Man sieht übrigens endlich wieder mein, 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 mein. Also das Dias Wulsch wäre... Ja, genau das Kreuz, danke. Ach, hast du das Textumpaket rausgenommen? Ja, ich habe doch meinen Computer komplett neu... Ach ja, da war ja was. Da hat der Computer dann gesagt so, boah, geil, guck mal, ciao. Aber Bämu, wenn wir gleich gegen den Rhyther gehen, dann werde ich garantiert nicht riskieren, dass der Kram, den ich gesammelt habe, verschwindet. Hier, kauf dir Schwarzpulver. Kiste? Kiste? Banane. Dwarfpulver? Salmon? Kiste? Kiste? Kiste, kiste, kiste? Kiste, kiste? Nein. Minecraft Ordner raussuchen, wo ich den Screenshot drin liegen habe. Papa Kai, du bewegst dich auf ganz ganz dünnem Eis. Ja, du bewegst dich auf sehr dünnem Eis, mein Freund. Oh, Eisen? Hey, Arm durch da. Jetzt sind die schon wieder aufgestanden. Nein, da muss ich die gleich wieder hinsetzen. Haha. Hört auf mir zu folgen. Ich wage nicht aus, dass sie wieder tot. Setz dich hin. Ich glaube, ich werde mal meine Musik etwas lauter machen. Das schaut doch gut aus. Verfolgt mich! Setz dich hin! Setz dich hin! Geh auf den Boden! Mach Platz! So, bleib da. Jetzt bin ich noch so aus Tierpfiefs gewohnt, dass irgendwie das Inventar im Laufen öffnen kann. Das wird mich doch jetzt heute in der Aufnahme wieder drei, vier Mal töten. Ich weiß es doch. Ja, sehr wahrscheinlich. Stell doch Holzbretter. Warum will ich Holzbretter herstellen? Weil das Spiel neu installiert wurde. Ich hoffe, dass ich zum Holzbretter herstellen will. Hallo, Stinke-Katze! Jo. Jo. Boah. Ach, den Namen schon. Die hätte ich auch geangelt. Das sind über 16 Stück. Du musst ja echt Langeweile gehabt haben, ne? Ja. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass wir die Diamantrüstung für einen Hinterdrachen nehmen oder so. Die nehmen wir dafür auch. Ich werde dafür sorgen, dass wir die nicht verlieren können dieses Mal. Ich werde die Game-Rule einstellen. Das werden wir uns total behalten, wenn wir sterben. Ich werde nicht riskieren, dass jetzt irgendwie vier Milliarden Stunden Arbeit einfach in den Bach runtergehen. Das ist so ähnlich wie das Lobby-Mailer machen beim GTA-Verkauf. Nett. Ich werde geschlagen. Hast du die Papageien schon wieder aufgestanden? Setz dich hin, du Mistvieh! Hast du die schon wieder aufgestanden? Ah! Hinsetzen! Du wolltest die Papageien haben. Ja, das wollte ich. Vielleicht hast du den größten Teil sowieso nur aus dem Grund, dass du nicht wolltest, dass ich sie habe. Setz dich hin! Hey, Alex, Mann! Ja, hat eine Weile gedauert. Eine kleine. Eine kleine Weile. Es hat einen doch dann so ein bisschen den Unmut, die Lust und Laune verlassen. Ist was Eisen? Nein. Aber, schön, dass du da bist. Willkommen! Ich bin nicht zu essen dabei. Wie du siehst, Eisen war fleißig. Ja. Er hat in der Abwesenheit die Zeit genutzt, Papageien zu fangen. Und Diamant-Rustung herzustellen. Also von daher... Zwei Stück. Maximum verzaubert. All die Jahre. Hier musst du übrigens ungefähr zwei bis drei neue Amboss herstellen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung mehr. Es ist Ewigkeiten her. Aber gut, Bermo, machen wir uns jetzt auf den Weg, die Welt zu retten? Das war... Das war... Ach so! Ich bräuchte Futter oder sowas, ne? Dann lege ich mal ganz kurz die Rüstung an. Pack das gute Schwert aus. Pack den guten Schild aus. Und... Schreib! Ich glaube, das war so, ähm... Es ist mir jetzt schon... Game Rule Keep Inventory. Game Rule Keep Inventory. So. Oh ja. Das habe ich mir von echt schon gedacht, Alex. Jetzt muss ich mich noch drüberlegen. Hä? Das habe ich mir gerade echt schon gedacht. Aber ich habe mir gesagt. Jedes Mal, wenn er einen Sapageien tötet, werde ich ihn dafür einmal töten. Heider Bogen. Die alte aus dem Kante von hier wieder rein. Ja, ich habe mein komplettes altes Zeug in die Kiste reingelegt, wo du meins reingelegt hattest. Ja. Eisenspitze. Ja, das ist in Ordnung. Wo ist meine Axt? Na, ein Skelett. Ach, ich glaube, die Axt hast du gerade eingesammelt. Das war die Axt, die da rum lag. Ich dachte, du hättest deine weggeworfen. Da habe ich wohl meine weggeworfen. Ja, du hast deine weggeworfen. Kann ich die wiederhaben? Du musst in die Kiste gucken. Ah. Gut. Gut. Ah, Karotten. Das ist genau wie deine Taktik. Werft mehr Leben drauf. Ja. Oh, ja. Im Zweifel einfach immer mehr Körper drauf werfen. Ich soll. Die Map, die ich jetzt übrigens, die neue Map, die ich jetzt übrigens gespielt habe, direkt nach Angriff im Winter, ist übrigens halt letztendlich Rache der Nebelkrieger. Und das ist wirklich die Inkarnation des Mottos Werft mehr Leben drauf, wenn es nicht klappt. Woher weckt sie jetzt unsere ganze Nahrung? Die ist unten im Lager, da wo sie hingehört. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja alles umgeräumt. Du erinnerst dich, ja? Ja. Ein bisschen. Da gehe ich nie wieder rein. Da gehe ich nie wieder rein. Hey. Entschuldigen Sie. Hab ich eigentlich Reparatur? Ja, ich hab tatsächlich Reparatur auf meinem Brustpanzer. Hammergeil. Kein Überblick mehr darüber. Ich muss mal gleich gucken, was hab ich denn drauf? Schutz und Haltbarkeit. Schutz, Haltbarkeit. Haltbarkeit, Schutz. Und Haltbarkeit, Schutz. Ah. Den lau ich mir. Ähm. Haben wir noch Sattel drin und ganz viel anderen Kram? Eisen? Ja, Bermo? Hast du das Thema wegen Stronghold überlegt? Ist noch eine Frage von Alex? Es ist auf der Liste der Dinge, die gespielt werden. Irgendwann mal, wenn ich Zeit und Zeit dafür habe. Hauptsächlich Zeit. Nicht die Zeit, Dinge zu spielen, sondern mehr die Zeit, Dinge hochzuladen und zu rendern. Hauptsächlich zu rendern. Ich hab nix die Kisten. Und jetzt, wo mein Gefühl da ist, sind wir schon bei drei aktiv laufenden Projekten. Und da muss ich natürlich mit aufpassen, dass ich mich nicht, äh, mich wieder komplett überlaste. Ansonsten ist das eine Geschichte mit Resident Evil, wo die Folge erst nach drei Monaten irgendwie nachgerückt wurde, die letzte. Da nehme ich einfach zwei, sechs Karotten mit. Davon werde ich mich auch in drei, sechs Karotten mit. Davon werde ich mich schon ernähren können. Stimmt, da war was. So, das wird reichen. Drei, sechs Karotten sind dabei. Pferde lassen wir diesmal zurück. Das ist das letzte Mal nicht gut gegangen für die Tiere. Ach was, die sind doch voll... Ebenso für meine Hundis, die leider irgendwie alle abgekratzt sind. Alle Hundis vom Schwarzen Schwadronen wurden einfach sofort ausgelöscht. Äh, Alex, wer braucht einen, wer braucht einen Cutter? Einen Cutter? Ne, ne, das Schneiden ist nicht das Problem. Nur das Rendern. Ach so, ein Cutter. Ich werde vermutlich demnächst einen Pennymarkt überfallen, um vielleicht noch einen weiteren Rechner hinzuzuholen. Noch einen Laptop, den ich irgendwie nur aufs Rendern spezialisiere. Dann habe ich dann irgendwie, wenn ich den Hauptrechner noch zum Rendern mit benutze, dann... Habe ich irgendwie absolut übertrieben für einen Kanal meiner Größe. So, Bärmo, wir müssen... ...zu ungefähr 199 und minus 2318. Gesundheit. Danke. Das Schneiden ist nicht das Problem. Ah, Alex kann es gerade nicht machen. Er plant einen Schulabschluss. Sollte man tun. Ist nützlich. Kann man was mit anfangen. Ist echt verkehrt. Ja, das... Was in... Ach, ach ja, stimmt. Genau. Ja, ich habe das, äh... ...Optify nicht drin. Ach, hast du nicht? Nein. Die Melonen nehme ich auch mal mit. Weil, warum nicht? Naja, aber am Schneiden scheitert es bei mir nicht. Und am Hochladen ja mittlerweile auch nicht mehr. Das stimmt. Das ist nur das Rendern. Und das nicht zu verpennen. Manchmal verpenne ich Dinge einfach, weil die Uni wieder sagt... Hey, guck mal. Ich möchte, dass du Dinge tust. Theoretisch müsste ich sogar jetzt schon Dinge tun, aber das ist mir schon wieder so egal. Prioritäten müssen gesetzt werden. Und wenn ich die Wahl habe, dann ist die Priorität meistens... Und ja, das, was ich gerne mache. Und zocken. Genau. Zocken. Aufnehmen. Gute Laune haben. Das sind alles Dinge, die werden bei der Uni ganz schnell vernachlässigt. Oh, ja. Weißt du, was das schön ist, Eisen? Was denn? Hier kommt jetzt keine Agro-Schaluppe und versenkt uns. Oh, ja. Und jetzt haben wir es gesagt. Jetzt kommt einfach so ein Schiff aus dem Himmel geflogen. Da sind die Wichser! Und irgendein Moment im Schlange rotzt uns an. Oh, das ist ein Drecksviecher. Hey, ich schlage. Was hältst du von meinem Ampel? Oh. Okay. Oder irgendwelche Skelette mit den Aim-Bots. Oh, ja, Alex. Oh, ja. Jetzt muss ich mich die ganze Zeit rufen. Nee, nein. Oh, ja. Die oberste Priorität dazu ist natürlich Deus Vult. Das sieht man auf dem Schild. Wir sind auch gerade wieder auf dem Heiligen Kreuzzug, um unser ganzes Land vom Riddler wieder zurückzuerobern. Ich habe immer noch so das Gefühl, dass das nicht funktionieren wird. Ich weiß, dass es funktionieren wird. Wir sind gerade top-notch ausgerüstet. Die Ausrüstung werden wir für den Drachen auch noch benutzen können. Es sei denn, du drückst aus und in die Q-Taste. Das sagst du jetzt in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ja. Weißt du was, um ganz sicher zu gehen, dass ich nicht aus und in die Q-Taste drücke. Sekunde, ähm, Steuerung. Wo ist die Item-Droppen-Taste? Die muss ich kurz mal einfach lösen. Ich drücke die einfach mal ganz kurz auf die, ähm, Ü. Okay, Semikolon. Semikolon ist offenbar Ü. Aber stimmt, du hast recht. Ja, jetzt kann ich nicht aussehen, dass ich mein Schwert in den explosiven Reiter des Wilders reinschmeißen. Und dann sehe ich das Schwert einfach nur weggehen, während ich weine. Ich verabschiede dich von deinem Schwert. Nein, warum? Du hast auf die Q-Taste gedrückt. Ja. Und dann ist das so. Ja. Und dann ist das so. Ja. Ja. in diese richtung in diese richtung die diese richtung später sind wir niedergebahntes dorf finden wissen wir uns auf der richtigen spur sind oder weggebombt in dem fall er jetzt kommt er aus dem hyperspace raus oh shit ich mag immer noch die sida 5 musik und ich hab's immer noch versammt die sida 2 und 6 musik mit reinzunehmen also brauchst du ins knochen resistanz um den drachen zu besiegen ansonsten haut er dich weg und du bist tot noch was resistenz knockback resistanz es gibt keine knockback resistanz glaub ich oder also wir sind da eisen wo bist du dreh dich mal hier ist ein ende hier jetzt setzen uns von punktieren ich wollte gerade sagen mach du das mal deswegen hast du ja die richtung von mir bekommen guck mal da kommt schon der erste schild entgegen geflogen aber erstmal muss ich die musik umwenden ich kann ja nicht mit friedlicher musik da reingehen mach du das mal ich hab hier gerade eine nachricht erhalte höh stand für zirka gibt es inzwischen krasser scheiß aber gut selbst wenn wir dann sterben werden wir werden dann einfach wieder das keep inventory anmachen denn das scheiß nicht verschwindet und dann geht das schon ja ja das wird schon irgendwie ich werde garantiert keine 400 milliarden xp level in die lehre des drachen werfen